Aber wie gesagt, wenn du dann der letzten Bastion der Männlichkeit, was Teil unserer Kultur schon fast ist, dem dann auch noch die Eier abnimmst und sie im Einmachglas unter der Spüle seiner Ehefrau aufbewahrst oder noch besser an so einem Brettchen über dem Kamin aufhängst, damit es auch alle Freunde, die zu Besuch kommen, sehen können, dann sehe ich das natürlich vor allem aus meiner beruflichen Sicht, wo ich ja Männer und Frauen gerne zusammenbringen möchte und dass Männer gute Männer sind und Frauen gute Frauen sein dürfen, das sehe ich dann natürlich als durchaus kritisch. Und ist er jetzt den ganzen Film über am Säuseln und am Jammern? Nee, ist er nicht, aber es gibt so ein paar Szenen, wo ich dann kurz nochmal das Handy rausgekramt habe, um zu gucken, ob ich überhaupt im richtigen Film gelandet bin oder ob ich nicht in irgendeinem Inger Lindström Schnulzen Film gelandet bin. Da steht er ihr in der Bude, 10 Meter gegenüber und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht und Liebe hier und Gefühle da und schieß mich tot und hast du nicht gesehen. Autsch, das ist geil. Warum tust du denn sowas? Ja, ist doch normal, ich meine, in so einer Phase ist natürlich kein Selbstvertrauen da, das ist ja lokal. Quatsch! Und alle so, boah, ist der authentisch. Hi, mein Name ist Peter Frahm und wir gucken uns heute mal aus der klassisch männlichen Sicht den neuen James Bond namens Keine Zeit zu sterben oder No Time to Die an. Na ja, ich hab's mir gestern angetan, damit ihr es euch nicht antun müsst und ich werde heute mal ein bisschen analysieren, ob er die Eier wirklich abgenommen bekommen hat oder nicht, ob er noch James Bond bleiben durfte, ob er auch noch erfolgreich flirten darf oder ob er dann ein alter weißer Sexist ist und ob es überhaupt ein James Bond Film ist und wie die Frauen sind und wie die Bösewichte sind und wie die Action ist und die Autos und der Humor und die Körpersprache und so weiter und so fort, also alles, was ein James Bond ausmacht. Und wir gucken uns auch an, wie man eine Figur verabschiedet und wie am besten nicht. Das heißt, ab hier kommen jetzt logischerweise ordentlich Spoiler und am Ende werde ich auch noch eine Bewertung abgeben, eine Schulnote verteilen. Müsste eine lustige Steinigung werden. Und bevor wir loslegen, noch eine kurze Info zum Next Level Forum. Für die, die noch nicht an Bord sind, das Next Level Forum ist meine eigene Online Community für Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich täglich aktiv. Die Stimmung ist herrlich und ich hau ungefiltert mein komplettes Wissen raus, was so in der Form hier auf YouTube nicht möglich ist. Das heißt, du bekommst da mein tägliches Übungsprogramm mit allem Drum und Dran. Du lernst, wie du selbstbewusst, erfolgreich und charismatisch wirst. Gut mit Frauen, gut mit Männern. Ja, ist natürlich für beide Geschlechter. Schüchternheit überwinden, James Bond-artige Gelassenheit, raus aus der Matrix, Drama und negative Emotionen loslassen und natürlich das ganze Flirt- und Dating-Thema. Das heißt, wie quatsche ich eine Frau an, wie kriege ich die Nummer, was mache ich beim Date, das Textgame dazwischen, nice guy versus bad boy und so weiter und so fort. Und wir pimpen sogar deine Optik auf Wunsch. Das heißt, zusammengefasst, du lernst, wie du eine coole, erfolgreiche Sauer in allen Lebensbereichen wirst. Und das Ganze wird natürlich schön genüsslich im No-Nonsense-Tacheles-Modus serviert. Das heißt, ohne das seichte, oberflächliche Friede vor der Eierkuchen-Coaching-Gelaber, wie die Coaching-Branche halt heutzutage leider so ist. Also, gerne an Bord kommen, es lohnt sich und wir freuen uns auf dich. Also, legen wir mal los, wie fand ich den Film? Ich fand, es war ein ziemlicher Murks, es war kein richtiger James-Bond-Film und wir fangen direkt mal mit dem Schlimmsten an und zwar dem ständigen Liebesgesäusel. Denn, wer den Film schon gesehen hat, der wird es ja mitbekommen haben und sich gegebenenfalls im Kino halb weggeschmissen haben, beziehungsweise gedacht haben, Junge, reiß dich zusammen. Denn, ja, James-Bond säuselt hier auf einmal im Film und ist hier verliebt und hängt an seiner Ex und was weiß ich was noch alles. Ja, kommen wir gleich noch zu. Und ich habe mehrfach im Kino aufgestöhnt und nicht, weil es zu geil war, sondern weil ich in meiner toxischen Maskulinität natürlich nur gedacht habe, alter Schwede, halt doch die Sabbel jetzt endlich. Kann es sein, dass du gerade Scheiße baust? Jetzt geh doch einfach hin und küss sie, du musst doch nicht jedes verdammte Gefühl, was du hast, verbalisieren. Quatsch nicht und mach die Tür auf. Ja, du bist doch James-Bond. Wir sind doch hier nicht bei GZSZ oder Rendezvous mit Joe Black. Rendezvous mit James-Bond. Und James-Bond ist ja historisch gesehen eigentlich ein arroganter, selbstsicherer Womanizer-Agent. Ein Ladies-Man, ein Playboy praktisch. Und furchtlos ist er und immer einen lockeren Spruch auf Lager und überlegen ist er und clever und begehrt und cool. Und kurz vorm Gefoltertwerden reißt er noch die lässigsten Sprüche und nimmt überhaupt nichts so richtig ernst, außer ab und zu mal seine Widersacher und augenzwinkernd übertriebene Action-Szenen und so weiter und so fort. Das heißt, James-Bond ist ja eigentlich der Typ, der sich unter Wasser in der Action-Szene mittendrin die Krawatte zurecht rückt. Wie das bei einem der Pierce Brosnan-Filme passiert, habe ich mich weggeschmissen. Und auch bei einem der letzten Daniel-Craig-Filme, ich weiß nicht bei welchem das genau war, da wo Moneypenny ihn, glaube ich, von der Brücke runter schießt. Da sind sie doch vorher auf dem Zug und ihm bricht dann der nachfolgende Waggon unterm Hintern weg oder explodiert oder was weiß ich was. Und er richtet sich dann so die Manschettenknöpfe mitten in der Action-Szene. Ja, und diese augenzwinkernden Dinger, das macht ja für mich zumindest eigentlich James-Bond aus. Und auch diesen Mythos James-Bond aus, da kommen wir im Laufe der Review hier noch dazu, dass James-Bond ja jetzt nicht nur irgendeine Filmfigur ist. Und ja, James-Bond ist ja dieser Geheimagent, der Menschen tötet und bla bla bla. Sondern James-Bond ist ja auch aufgrund der mittlerweile 60 Jahre alten Historie auch eng verknüpft mit dem Bild von Männlichkeit, Maskulinität in der Gesellschaft. Was ist ein guter Mann, was ist ein schlechter Mann, so dieses Klischee, der Alpha-Typ versus den Beta-Typ, der immer schwach ist und die Hosen voll hat und so weiter. Und gerade durch dieses klischeehaft überzeichnet Männliche, was jetzt toxische Maskulinität genannt wird, ist James-Bond ja mehr als nur irgendeine Roman- oder Filmfigur. Sondern James-Bond ist ja mittlerweile, beziehungsweise war bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren zumindest noch, ja sozusagen Teil unserer Kultur. Vor allem, was eben das Thema Geschlechterverständnis und Maskulinität angeht. Und wenn man dann praktisch nach drei Jahrzehnten Femininisierung in den Medien, naja, guckt euch mal die alten Klischee-Action-Männer-Macho-Filme an versus was heute produziert wird. Wenn man dann auch noch der letzten Bastion für klassische Männlichkeit, was James-Bond immer repräsentiert hat. Früher natürlich ja, auf komplett ungesunde Weise. Da würde ich wirklich fast schon von toxischer Maskulinität sprechen, wie er sich früher in den Filmen verhalten hat. Auch wenn da auch nicht alles schlecht war, war ja auch spielerisch und ironisch und so weiter. Aber wenn die Frau dann hysterisch geworden ist, dann knallt ihr ihr eine und dann kommt sie wieder zur Besinnung und ach James, du hast ja recht. Sowas kannst du halt heute nicht mehr bringen. Das ist zum Glück auch heute vorbei. Aber wie gesagt, wenn du dann der letzten Bastion der Männlichkeit, was Teil unserer Kultur schon fast ist, dem dann auch noch die Eier abnimmst und sie im Einmachglas unter der Spüle seiner Ehefrau aufbewahrst. Oder noch besser an so einem Brettchen über dem Kamin aufhängst, damit es auch alle Freunde, die zu Besuch kommen, sehen können. Dann sehe ich das natürlich vor allem aus meiner beruflichen Sicht, wo ich ja Männer und Frauen gerne zusammenbringen möchte. Und dass Männer gute Männer sind und Frauen gute Frauen sein dürfen und so weiter und so fort. Das sehe ich dann natürlich als durchaus kritisch. Und ja, man kann dann auch sagen, ja mein Gott, dann lass ihn noch ein bisschen Liebes säuseln und ist doch ganz nett und so weiter. Und man kann es ja auch übertreiben mit Kultur und Gesellschaft und Maskulinität und so weiter. Aber ich sehe das durchaus als wichtig an. Die Popkultur hat einen großen Einfluss auf jede Gesellschaft. Und ich sehe es ja tagtäglich, was mit den Männern passiert, die keine positiven Vorbilder mehr haben und keine maskulinen Vorbilder mehr haben. Und das ist für die Jungs und auch für die erwachsenen Jungs dann später überhaupt nicht gut. Und auch die Frauen werden immer unzufriedener, weil es kaum noch positive Beispiele für eine interessante, attraktive Männlichkeit gibt. Und wenn dann sogar James Bond das absolute Klischee für lässige Männlichkeit auch noch mit dem übertriebenen Weichflötenkäse und albernen Liebesgesäusel anfängt, ja, dann kann ich da nicht die beste Note vergeben. Wie gesagt, Bewertung kommt im Laufe des Videos bzw. am Ende. Und ist er jetzt den ganzen Film über am Säuseln und am Jammern? Nee, ist er nicht, aber es gibt so ein paar Szenen, wo ich dann kurz nochmal das Handy rausgekramt habe, um zu gucken, ob ich überhaupt im richtigen Film gelandet bin oder ob ich nicht in irgendeinem Inger Lindström-Schnulzen-Film gelandet bin. Da steht er ihr in der Bude zehn Meter gegenüber und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Und Liebe hier und Gefühle da und schieß mich tot und hast du nicht gesehen. Und das habe ich noch nie so krass bei James Bond wahrgenommen, dass er wirklich jedes zweite Gefühl verbalisiert und in der großen Ich-liebe-dich-Szene da heult er fast. Er faselt sich da den Wolf und fängt fast an zu flennen. Und das Ganze bewirkt halt, dass überhaupt nichts Mysteriöses mehr drin ist. Null Sex-Appeal mehr dabei. Und das ist ja auch eigentlich eine Eigenschaft von James Bond. Dass wir eben nichts über ihn wissen, dass er eben mysteriös ist und nicht alles ausplappert wie so ein 15-Jähriger. Sondern, dass er halt die Klappe hält und einfach macht und die Frau halt irgendwann einfach küsst. Früher teilweise auch, wenn sie nicht gefragt wurde. Beziehungsweise erst, wenn sie eine geknallt bekommen hat. Das haben sie mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen anders dargestellt. Aber hier haben sie es halt komplett übertrieben. Und wie gesagt, das Mysteriöse, was ja eigentlich James Bond ausmacht, man weiß einfach nicht, wer er ist. Und man will es auch nicht unbedingt wissen. Ja, es ist ja eine Klischee-Figur. Und das darf es meines Erachtens auch gerne bleiben. Normalerweise gefällt mir das nicht bei Filmen. Normalerweise, du brauchst ja einen Protagonisten, der irgendwie ein Problem hat, eine Schwäche hat. Diese Schwäche oder dieses Problem oder diese Probleme dann überwindet. Dran wächst und so weiter. Damit du ein Character-Arc hast, sagt man auf Englisch. Ja, dass du eine gesunde Entwicklung hast. Dass du bei der Stange bleibst. Aber gerade das ist ja bei James Bond genau andersrum. Dass du einfach ins Kino gehen willst. Spaß haben willst. Dich einfach mal wegschmeißen willst über ein paar alberne Action-Szenen. Und halt so ein bisschen aus deinem eigenen Leben ausbrechen. Dass es ja nicht immer so easy ist, sich einfach die Frau zu schnappen. Und das Flugzeug in die Luft zu jagen. Und dann noch die Sprüche vorm Gefoltert werden reißen. Und so weiter und so fort. Du willst ja ein bisschen Spaß haben, wenn du in einen James Bond gehst. So war das zumindest immer. Und so dürfte es meines Erachtens gerne bleiben. Aber hier war das überhaupt nicht so. Der Film ist gefühlt sieben Stunden lang. Es sind 163 Minuten oder sowas. Knapp unter drei Stunden. Und ich kam da wirklich halb gerädert raus. Und hatte erstmal den Eindruck, ich muss mich jetzt mit einer fettigen Pizza oder einem fetten Stück Schokolade belohnen. So wie du das hast, wenn du jetzt sagst. Oh Gott, ich muss heute den ganzen Keller aufräumen. Oder sieben Stunden Steuererklärung machen. Ich könnte kotzen. Und danach, weil es halt so ätzend war, musst du dich mit ungesundem Essen belohnen. Und das Gefühl hatte ich, als ich aus diesem Kino rausgegangen bin. Ich will mich furchtbar. Warum tun die das? Und eigentlich solltest du ja, beziehungsweise so war es zumindest immer, mit genau dem gegenteiligen Gefühl aus einem James Bond Film rauskommen. Ja, dass du aus dem Kino rauskommst und dich gut fühlst und ein bisschen wegschmeißen musst über ein paar lustige Szenen und halt ein gutes Gefühl hast und dir selbst denkst, ja, so ein bisschen mehr Eier ab und zu machen, ein bisschen mehr Lockerheit würde mir auch gut tun und würde natürlich auch den Frauen gut tun, wenn ich ein bisschen mehr aus meiner positiven Männlichkeit machen würde. Und ja, natürlich kannst du jetzt nicht wie James Bond werden und Leute abknallen. Die Jammer kommentieren immer. Hat James Bond eigentlich Kinder, Herr Frauen? Beziehungsweise, Spoiler Alert, hier stimmt es ja dann sogar. Und ja, aber James Bond, er schießt doch. Leute, das ist jetzt ihr Vorbild? Ja, ihr sollt ja keine Geheimagenten werden. Wer wird denn von euch Geheimagent? James Bond ist ja, wie gesagt, eine Klischeefigur. Aber auch in eine Klischeefigur kannst du ja eine ganze Menge witzige, positive, männliche Eigenschaften reinpacken. Und das haben sie bisher auch ziemlich gut gemacht bei James Bond. Bis auf ein paar Szenen immer, gibt es natürlich in jedem Film. Auch in den alten Filmen. Ja, da ist er abwechselnd mal so ein ganz lustiger Macho, wo ich sage, ja, ganz lustige Szene kann man sich für die Maskulinität mal angucken. Und in der nächsten Szene ist er dann der komplette Obervolltrottel im Büro bei Moneypenny. Gibt es auch in den alten Szenen. Ja, aber natürlich gibt es auch viele positive männliche Szenen in den Filmen immer. Aber in diesem James Bond war das relativ rar gesät, beziehungsweise wurde halt immer wieder durch Gesäusel unterbrochen. Und er wirkt halt teilweise eher wie so ein Vertrauenslehrer, wie so ein Geschi-Lehrer an einer Kleinstadtschule. Und erfolgreich flirten darf er hier natürlich auch nicht mehr. Das heißt, er war hier eher wie so ein altes Auslaufmodell. Und verheiratet ist er jetzt und demnächst noch alleinerziehend wahrscheinlich. Und dann flennt er am Grab von seiner Ex rum, die er drei Minuten kannte und sich da natürlich auch direkt verliebt hat und direkt wieder kündigen wollte. Ja, der hat ja in den letzten fünf Filmen gefühlt zwölfmal gekündigt, ist in Rente gegangen. Ja, dann werd doch Kindergärtner, wenn dir der Job keinen Spaß macht, Junge. Ja, und dann vermisst er sie mit Tränen in den Augen am Grab. Und das ist ja auch alles lieb und nett, das könnt ihr privat natürlich machen. Aber wie gesagt, das ist ein verdammter Geheimagent. Ja, der Typ ist eigentlich eine absolute Maschine. Plus nebenbei noch ein bisschen Ladies Man. Aber wie gesagt, hier ist es alles weg. Alles total unsexy. Und es ist halt auch kein guter James Wan, wenn du aus dem Kino rausgehst oder währenddessen auch schon denkst, naja, bei den meisten Szenen oder mindestens bei der Hälfte der Szenen hätte ich aber lässiger reagiert. Ja, vor allem bei den zwischenmännlichen Dingern. Ich befinde mich jetzt selten in wirklichen Action-Szenen. Da hätte ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr die Hosen voll. Aber ich hab halt wie oft da gesessen und gedacht, naja, also das war ja, wie redet der denn? Was ist denn jetzt auf einmal los? Wie kann man das denn so im Film drin lassen? Wo sind denn deine Eier hin, Junge? Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Und in Spectre war das, glaube ich, mit der Monika Bellucci am Anfang. Da gab es ein paar ganz gute Szenen noch. Da ist er teilweise noch so. Ja, so ein bisschen der ständig lässige, überlegende Macho-Typ. Und sie sagt dann, ja, hallo, hast mich jetzt gerettet, aber das bringt mir jetzt höchstens zusätzliche fünf Minuten. Und dann sagt er, ja, excellent, time for a drink. Und verabschiedet sich dann mit dem James-Bond-typischen Mistkerl-Grenzen von ihr. Ja, also da gab es noch so ein paar Szenen, wo er noch ein lässiger Mann sein durfte. Aber das war hier im Film praktisch komplett unterdrückt. Und ich habe fast nur noch auf eine Toiletten-Szene gewartet, wie er dabei in der Nase bohrt. Oder besser noch, das Klopapier fällt. Und er muss sie dann rufen und sie muss es ihm bringen. Und dann sieht man eben auf der Toilette. Und dann fällt ihm danach noch ein Glas Oliven runter. Er muss es dann wegwischen mit seiner Schürze beim Kochen. Es war einfach viel zu viel. Und ja, ich übertreibe jetzt hier ein bisschen, aber guckt euch die Misere gerne an. Ich fand, es ging viel, viel, viel zu stark in diese Richtung. Und bei Mission Impossible zum Beispiel mit Tom Cruise, da hat er ja auch jetzt eine Frau. Und ist ein lieber Typ und kümmert sich zwischen den Missionen drum und so weiter. Und es ist ein bisschen tragisch. Und da funktioniert das durchaus auch, weil Ethan Hunt als Figur aber auch ein komplett anderer Typ ist. Wie gesagt, James Bond ist ja so, wie ich ihn am Anfang beschrieben habe. Und hier ist das einfach Murks. Hier funktioniert das einfach nicht. Das wäre dann halt eine andere Rolle. Und so wirkt es auch im Film, dass er praktisch Ethan Hunt oder Jason Bourne in einem Tuxedo ist. In einem Smoking ist. Und es ist halt so gut wie nichts James-Bondiges mehr übrig. Und dadurch hat er auch einfach nichts in dem Film. Die Rolle hat einfach nichts. Du denkst wohl, ich mache Spaß. Schreib mir Null auf. Ja, es ist irgendwie nichts Bond-mäßiges, charakteristisches mehr da, was man halt so klassisch als James Bond kennengelernt hat. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Bin ich denn hier der einzige Idiot, dem Regeln noch irgendwas bedeutet? Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass er halt jetzt da verheiratet ist und seine große Liebe und dauernd wieder nicht arbeiten will und so weiter. Die faule Sau. Liegt auch ein bisschen daran, dass sie halt so eine zusammenhängende Reihe aus den Crack-Filmen gemacht haben. Finde ich generell eine blöde Idee. Ich finde, das sollte wie bisher immer so ein Episodenteil sein, dass jeder Film immer wieder ein neuer Film ist, weil dann könnte auch ein Womanizer bleiben. Oder wenn halt eine wiederkehrende Frauenrolle auftaucht, ja, dann könnte er halt so ein On-Off-Ding draus machen. Und dann könnten sie es einfach sexy lassen, ohne dass er Windeln wechseln und säuseln muss. Und wegen mir, jedes Mal, wenn dann der James-Bond-Darsteller wechselt, dann könnte er ja mit dieser Ische dann in den Sonnenuntergang reiten. Und dann kommt der neue Darsteller. Wäre für mich auch okay. Aber wie gesagt, der Typ ist ein verdammter Geheimagent. Das ist eine Maschine und der will dann heiraten. Wie passt das denn zusammen? Demnächst, wie gesagt, ist er noch eifersüchtig und stalkt ihr hinterher. Und dann hat er ein Steinchen im Schuh und eine Wimper im Auge. Ja, so diese ganzen alltäglichen Dinger, die willst du ja eben gerade von James-Bond nicht sehen. Deshalb gehst du ja historisch gesehen in einen James-Bond-Film, damit da halt nicht gesäuselt und geheiratet und rumgeheult wird, sondern kurz vorm Gefoltertwerden noch der Spruch reingewürgt wird, dem Bösewicht. Ja, auf Englisch heißt der Begriff Escapism. Das heißt, dass du halt der Realität durch so einen James-Bond-Film mal entfliehen willst und nicht noch rein in den Kochkurs und das fehlende Klopapier und Liebesgesäuse und so weiter und so fort. Ja, demnächst hat er noch einen Vorunkel am Hintern oder du siehst ihn bei einer Zahnbehandlung oder was weiß ich, was sie sich alles noch einfallen lassen, um den James-Bond nahbarer und alltäglicher zu machen. Aber damit killst du halt komplett die Figur. Wollen Sie das? Nein, verpiss dich. Und wo mir das auch stark aufgefallen und noch stärker auf die Nerven gegangen ist, ist in der Blaufeld-Szene, wo er ihn da unten im Keller verhören will und der Christoph Waltz macht das gut, finde ich, einen ganz guten Bösewicht, weil er halt so eine kleine linkische Wurst irgendwie ist. Aber Bond in der Szene auch irgendwie völlig von der Rolle. Wo war ich unsicher? Null lässig, null cool, null gewinnend, null überlegen und ist auch irgendwie total komisch, hektisch von der Körpersprache her, er labert fast schon nervös darum, gestikuliert darum, lacht so nervös und lässt sich dann da auch so billig manipulieren vom Kollegen Blaufeld und zeigt das dann natürlich auch noch ganz offen, wie so ein Oberanfänger. Ja, Junge, du bist ein verdammter Geheimagent. Echt? Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich bin da ein bisschen schwer von K.P. Anstatt, dass er sich den ganzen manipulativen Quatsch von Blaufeld einfach nur stoisch anhört, vielleicht so ein bisschen süffisant grinst währenddessen. Ja, man kann ja ruhig zugeben, dass ihn das aufregt innerlich. Und anstatt, dass er dann drüber steht, sich das Ganze anhört und am Ende sagt, ja, sehr geile Geschichte, Blaufeld. Und ihm einfach eine knallt oder halt einfach einen witzigen Spruch noch dazu reinwirkt. Wie es es zum Beispiel mit Sean Connery in The Rock ziemlich gut gemacht haben, blende ich euch gerade mal ein, wie er dem Bösewicht Knochen trocken und von oben herab den Spruch um die Ohren haut. Denn bei The Rock guckt euch den Film gerne nochmal an. Da haben sie ja praktisch aus dem Connery sowas wie ein Bond im Ruhestand gemacht mit eben einem Teil dieser klassischen James-Bond-Eigenschaften. Ich blende euch die Szene gerade mal ein, wie er dem Ed Harris den lustigen Spruch reinwirkt. Das ist kein Gefecht hier. Es ist der reinste Wahnsinn. Ja, und genau diese Überlegenheit und Coolness, die fehlt einfach hier komplett bei No Time To Die. Und die Schlussszene von The Rock, die blende ich euch nachher, wenn wir das Ende besprechen, noch mit ein. Die ist auch so viel tausendmal besser gemacht als bei No Time To Die. Genau so, behaupte ich, hätten sie es hier auch machen können. Das heißt, bitte, liebe No Time To Die Produzenten, bitte nochmal The Rock gucken, wie man eine James-Bond-Figur erfolgreich verabschiedet. Zumindest, wenn man eine positive Legende draus machen will. Wenn man der Figur eins reinwirken will, dann würde ich das so empfehlen, wie sie es bei No Time To Die hier gemacht haben. Und noch ein Punkt, den ich bei James-Bond immer anspreche, weil ich das so für seine Kernkompetenz halte, beziehungsweise für das, was man am besten mitnehmen kann als Mann aus der Rolle, ist die Selbstamüsiertheit. Dass er halt immer noch so ein lustiger, blöder Hund, so ein Mistkerl bei allem ist. Wie gesagt, richtet sich dann noch die Krawatte unter Wasser und so weiter. Und nimmt halt nicht alles so ernst und lebt halt so das Dolce Vita des Klischees eines Geheimagenten. Das fehlt halt hier komplett. Und teilweise hat es mir aber auch an der Körpersprache ein bisschen gemangelt. Kleines Beispiel dazu, in einer Szene, da wechselt er die Autos und packt dann den Aston Martin von Timothy Dalton damals aus. Und anstatt dann die Plane ganz normal oder ein bisschen lässig von dem Auto runterzuziehen, reißt er die so komisch weg und total hektisch, total übertrieben. Wie ist jetzt überhaupt nicht zu James-Bond, passt, hat mich komplett rausgebracht aus der Szene. Denn gerade bei James-Bond, da achten sie ja sehr, sehr extrem, traditionell schon immer, auf eine exzellent gute Körpersprache. Und das ist ja auch eben ein großes Aushängeschild von James-Bond, was jetzt auf die meisten Zuschauer natürlich komplett unterbewusst wirkt. Aber die achten da normalerweise extrem drauf, dass keine Bewegung hektisch ist, alles lässig ist, alles mit Überlegenheit gemacht wird und so weiter. Keine Kalorie, zu viel verbraucht wird sozusagen. Und das fehlt hier teilweise auch komplett im Film. Da ist er hier hektisch, vor allem in diesem Blofeld-Verhör, hampelt auf einmal da rum, ist hektisch, unfahrig und passt überhaupt nicht zu James-Bond. Und bei dem Thema muss ich immer an eine Szene aus der Serie Lost von damals denken. Also der Oberbadboy Sawyer, eine Knarre rausholt, blende ich euch hier auch gerade mal ein. Und dann da aber nicht wie so ein FBI-Azubi mit beiden Händen total nervös die Knarre hält, sondern einfach so da steht und so mit einem Arm so ganz lässig die Knarre wie so ein lässiger Ficker hinhält. Habe ich mich damals weggeschmissen, fand ich total gut und habe gedacht, ja, genau dieser Typ, zumindest wenn ich ihn im Film oder in der Serie als Badass cool rüberbringen will, genau so muss der bitte die Knarre halten. Und nicht wie sie es manchmal machen, dann wie so ein nervöses Huhn. Und wie gesagt, so war das x-mal bei No Time To Die. Hat mich wie oft komplett aus dem Film rausgehauen, dass ich gedacht habe, ja, was war das denn jetzt für ein Un-James-Bond-Moment. Teilweise von der Körpersprache her und teilweise von der Art und Weise her, wie er gehandelt hat und was gesagt wurde. Und wie es gesagt wurde. Und ganz am Anfang in den Ruhestand Säuselszenen mit seiner Ische. Da hat auch für meine Begriffe die Synchronstimme sowas von auf die Kacke gehauen. Und sowas von den romantischen Säusler gemacht. Das wurde dann später im Film ein bisschen besser. Ich muss den nochmal im Original gucken, ob es da vielleicht ein bisschen besser ist. Aber heulen wird er da ja wohl auch. Also, ihr hört es ja schon raus, bevor wir gleich zu den weiteren Themen kommen. Es war ein ziemlicher Murks. Auf Englisch fällt mir das Wort Dumpsterfire ein. Und als Nicht-James-Bond-Film, wenn es jetzt irgendein anderer Film gewesen wäre, irgendwas Eigenständiges. Er ist wahrscheinlich ganz okay gewesen. Solide gemacht, gute Action-Szenen und so weiter. Schön gefilmt und bla bla bla. Aber halt auch irgendwie ein bisschen langweilig und nichtsagend. Und wie gesagt, es kam einfach kein Bond-Feeling auf. Außer mal kurz mittendrin, und zwar ab der Szene, als der Felix Leiter gestorben ist. Da hat es bei mir kurz mal ein bisschen Klick gemacht. Das fand ich ganz gut. Da ist er nämlich kurz mal ein bisschen ernst, der Kollege Bond, als sein Kumpel da stirbt. Fand ich auch total alber gemacht. Felix Leiter ist jetzt der neue beste Kumpel oder was? Ja, auch total die langweilige, nichtsagende Figur irgendwie. Auch die Szene vorher in dem Nachtclub, wie sie da mit den Münzen, es war total, ich fand es zum Reiern. Aber die Todesszene, als sie sich dann so kurz voneinander verabschieden sozusagen, fand ich kurz mal ganz gut. Da konnte ich ihn, da war der Film schon eine Stunde dran oder sowas, keine Ahnung wie lange, aber da konnte ich James Bond dann auf einmal das erste Mal als Agent, als Mensch, als Mann ernst nehmen. Sagt ja auch was aus. Und dann war auf einmal, warum auch immer eine Viertelstunde, Bond-Feeling für mich da. Als er dann wieder zurückkommt, fand auch die Szene gut, wie er sagt, ja Bond. Und dann kennt der Typ am Schalter den Vornamen nicht, kennt ihn gar nicht. Ich muss dann ja James Bond noch sagen. Fand ich gut gemacht. Und dann ist er beim M drin und da wird ein bisschen rumdiskutiert. War er mir auch wieder zu laut und zu hektisch und zu unbeherrscht und unwirsch. Aber da war dann auf einmal, warum auch immer, muss ich nochmal gucken, da war auf einmal so eine Viertelstunde Bond-Feeling da. Da habe ich mich auf einmal unterhalten gefühlt. Habe nicht gedacht, ist das langweilig und langwierig und ätzend hier. Und un-James-Bond-mäßig. Das heißt, da war ich so ein bisschen drin im Film. Aber das ging dann auch relativ schnell wieder flöten. Hat auch teilweise mit der Figur von, wie heißt sie, Laiana Lynch, Lasagne, Lynch, keine Ahnung, mit der 9007 zu tun. Das Weib hat keinen Nervenstrang im Körper. Wahrscheinlich ist ihre Wirbelsäule gar nicht mit ihrem Hirn verbunden. Die fand ich nicht ganz so nervig, wie es in den Trailern teilweise dargestellt wurde. Ich dachte vorher schon, oh Gott, die wird nur nervig sein. Ja, ich fand sie nervig und auch die Gigs haben überhaupt nicht funktioniert, hat überhaupt nicht gezündet. Aber im Laufe des Films wurde die ja ein bisschen besser. Hat dann zumindest ein bisschen mit ihm zusammengearbeitet und sich am Ende noch ein bisschen benommen. Und er hat sich jetzt auch nicht nur von ihr Sprüche reinwürgen lassen müssen. Und sie war jetzt auch nicht nur überlegen. Das ging durchaus. Mir ist die Rolle auf den Senkel gegangen. Hätten sie einfach weglassen sollen. Oder durch die Hübsche, die davor kam, hier durch die Anna der Amas, die hätten sie einfach stattdessen als ernstzunehmende Konkurrentin nehmen sollen. Die auch so ein bisschen sexy ist, ein bisschen rumflirten. So hätten sie es machen sollen und die Faul Lynch einfach weglassen sollen. Aber da kommen wir später nochmal zu bei dem Thema Social Justice Warrior und krampfhaft politische Korrektheit. Ja, da kam also kurz mal für mich zumindest James-Bond-Feeling auf. Mal gucken, ob es beim zweiten Gucken auch noch so passiert. Aber dann ging das auch wieder flöten. Und insgesamt war der ganze Film ein komplett wildes Hin und Her. Und meines Erachtens wie von so einem Schizophrenen zusammengemixt. Und ich habe so im Verdacht, dass die einfach noch tausend Dinger nachgedreht haben. Denn der Trailer war sehr, sehr, sehr woke und politisch korrekt. Und ein James-Bond für die MeToo-Generation und was für ein Scheiß da gelabert wurde. Also der Trailer war absolut unerträglich. Und das gab einen ziemlichen Shitstorm. Und ich behaupte, dass sie die Zeit, wo sie es jetzt immer wieder verschoben haben, wegen dem hohen C auch, dass sie das dafür genutzt haben, um nachzudrehen und das Ganze ein bisschen abzumildern. Und das würde auch erklären, warum der Film, ja, wie gesagt, wie von so einem Schizophrenen zusammengemixt ist. Kurz ist er dann mal ein bisschen cool. Bond, dann ist er mal ein bisschen witzig. Dann heult er da rum. Dann kommen auf einmal total ungelenke Gags. Dann funktioniert hier und da mal wieder ein Gag. Kurz zumindest. Ist da so ein bisschen das James-Bond-Feeling von früher da. Und dann auf einmal wieder nicht in der nächsten Szene. Also es ist, wie gesagt, ein ziemliches Dumpster-Fire. Und insgesamt, wie ich es eben gesagt habe, einfach anstrengend. Er ist lang und langweilig. Mein Gott, ist das langweilig. Dann kommen wir mal zum Punkt Action-Szenen. Das war durchaus solide. Wie ich fand, waren ein paar gute Szenen dabei. Vor allem am Anfang der Motorradkram. Den fand ich gut. Vor allem mit diesem klassischen Sprung aus dem Trailer. Ja, wie er da die Rampe rauf fährt und da hoch springt. Das fand ich gut gemacht. Das war durchaus solide. Aber jetzt ansonsten auch nichts Großes, was so im Gedächtnis bleibt. Solide gemacht halt. Und was ich noch ganz gut fand, war die Szene, als sie mit den Knarren nicht in den Aston Martin von ihm reinkommen. Dass er so stark gepanzert ist. Das fand ich durchaus gut gemacht. Wie der Typ auch immer wieder auf die gleiche Stelle versucht zu schießen, um die Scheibe kaputt zu machen. Das hat mir gefallen. Da war ich dann auch kurz wieder drin im Film. Aber zwei Szenen weiter ging es dann wieder mit irgendeinem Quatsch weiter. Das ist doch Quatsch. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar die lieben Frauen, die Bond-Girls. Kann es sein, dass Weibesvolk anwesend ist? Und da fand ich es sehr, sehr schade, dass sie die Anna de Amas leider als albern statt als positive femme fatale dargestellt haben. Weil die Frau hat den Bond-Look. Auf die habe ich mich gefreut. Da hatte ich Bock drauf. Als ich gesehen habe, die spielt da mit. Die finde ich gut, die Frau. Und ja, es war auch ein bisschen lustig gemacht. Kann man so machen. Gibt es ja in den älteren Filmen auch. Dass halt manche Rollen einfach ein bisschen witzig und so Comic-Relief sind. Aber das fand ich hier schade, dass sie die als so ein verwirrtes Greenhorn-Huhn dargestellt haben. Weil eben dadurch auch der Sex-Appeal ziemlich flöten gegangen ist. Und weil sein Sex-Appeal am Anfang völlig flöten gegangen ist, weil er der Familienvater, der Vertrauenslehrer war, hatte ich dann noch Hoffnung im Film. Habe ich gedacht, ach nee, gleich kommt ja die Schnalle mit dem schicken Kleid. Und er ist dann auch endlich mal im Smoking aufgetaucht. Endlich mal ein bisschen James-Bond-Feeling. Und drei Sekunden später kommt dann raus, dass sie ein totales nervöses Huhn ist. Und dass sie leider nicht die femme fatale ist, wie ich es mir gewünscht hätte für den Film. Und vor allem, die ist dann nach zehn Minuten wieder, Menschö, ist sie wieder weg. Fand ich total bescheuert. Anstatt, dass sie die dann einfach anstatt der Frau Lynch als rivalisierende Agentin genommen hätten. Und dann ein bisschen flirty Shit draus machen. Ja, das kann er so ein bisschen rivalisierend und doch auf der gleichen Seite. Dass die sich so ein bisschen Shit hin und her geben, so ein bisschen sexy Shit, das wäre meines Erachtens viel besser für den Film gewesen. Und anstatt dessen, was machen sie? Das klassische Bond-Girl stellen sie ein bisschen als Trottel-Lichter und geben ihr nur zehn Minuten Screentime. Und dann kommt Frau Lynch, die einfach nur auf den Wecker geht. Komm, geh mir nicht auf den Sack, Frau. Ich kann dir sagen, was du nett hast, alle Tassen im Schrank. Und dann haben wir noch seine Haupt-Ische, seine französische Lady, Schauspielerin Lea Seydoux. Die Schauspieler hat das meines Erachtens ziemlich gut, hat aber irgendwie nichts. Die ist so ganz nett und auch ein bisschen badass, aber so ein bisschen farblos irgendwie hat die nichts, finde ich. Passt vielleicht insofern ganz gut zu ihm, dass er halt auch jetzt so ein bisschen in den Ruhestand geht, der Vertrauenslehrer ist. Da muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die feurigste James-Bond-Flamme an seiner Seite sein. Hätte ich aber gerne gesehen. Hätte mir besser gefallen, wenn die ein bisschen mehr Farbe gehabt hätte. Und da fand ich aber die Anfangsszene ganz gut, wie sie sich unterm Bett versteckt als Kind und dann irgendwann die Knarre rausholt und einfach zehnmal abdrückt auf ihn. Da haben sie ja durchaus eine starke Frauenrolle eingeführt. Das Kind schnappt sich die Knarre und schießt einfach den Bösewicht und jetzt nicht ängstlich und einmal und dann geheult, sondern wirklich batz, 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 zehnmal hintereinander auf ihn geschossen, bis er da runterfällt. Ja, hätten sie meines Erachtens ein bisschen mehr Badass noch draus machen können oder ein bisschen mehr Charakter irgendwie mit reinbringen können. Du willst das Unmögliche. Denn das Problem ist natürlich, wenn die weibliche Hauptrolle so ein bisschen zu farblos bleibt, dann kannst du auch den Zuschauer nicht so richtig mit ins Boot holen. Der hat dann weniger Schiss. Wenn die weibliche Hauptrolle ein Oberkracher ist, wenn du richtig Bock auf die Frau hast und dem Herrn Bon richtig wünschst, dass er mit ihr zusammenkommt und in den Sonnenuntergang reitet, weil es eben auf allen möglichen Ebenen eine Weltklassefrau ist, dann hast du natürlich auch mehr Schiss, dass er nicht mehr zurückkommt, es nicht schafft, die Frau nicht für sich gewinnt und so weiter. Deshalb hätten sie der meines Erachtens ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Farbe geben sollen. Und dann haben wir noch die letzte Lady im Film und zwar den Bösewicht, den Herrn Safin. Und der war auch irgendwie ein Schuss in den Ofen. Und er hat dann eine Viertelstunde Screentime. War ganz gut geschauspielt, hat so dieser creepy Typ. Aber irgendwie war es auch mehr oder weniger Murks. Er labert ewig da rum und war auch irgendwie überhaupt keine richtige Bedrohung für Bond. War körperlich unterlegen. Und wie gesagt, er faselt sich da den Ast ab. Gut, das ist in vielen James-Bond-Filmen so, dass er, ja, es wird nicht einfach jemand erschossen, sondern es wird eine Stunde lang gelabert erstmal. Aber es gab ja schon durchaus denkwürdige Gegenspieler und Bösewichte bei James Bond. Ich erinnere da nur an GoldenEye. Fand ich gut gemacht. Alec Trevelyan. Mit der richtigen Backstory dazu und war auch ein würdiger Gegner für James Bond. Und wie gesagt, Blofeld fand ich hier auch ganz gut. Die Szene im Keller. Zumindest von Blofelds Seite aus. Aber das hier war irgendwie nix. Der Typ, den hast du nach fünf Minuten vergessen, den Herrn Safin. Anstatt einen würdigen und wirklich bedrohlichen Gegner draus zu machen. Mal locker, mal freundlich, kann er gar nicht. Kann er gar nicht. Ja, und dann haben wir noch die große Schlussszene. Den Political Correctness-Kram und die Bewertung. Fangen wir mit der Schlussszene an. Und zwar wird er ja am Ende vom Bösewicht vergiftet, sodass er seine Frau und sein Kind nicht wiedersehen kann. Beziehungsweise er glaubt das dann einfach so, akzeptiert das so, dass das so ist. Ja, irgendeinem völlig durchgeknallten Irren glaubt er das einfach so. Und dann klettert er am Ende aufs Dach, ruft seine Holde nochmal an, säuselt noch ein bisschen rum. Ich liebe dich, waren glaube ich seine letzten Worte. Und dann gibt es noch ein bisschen Nahaufnahme aufs Gesicht. Und ja, das war durchaus ein bisschen legendär gefilmt. Das fand ich filmerisch ganz gut gemacht. Oder filmisch? Filmerisch? Filmisch? Vom Film her. Vom Film her ganz gut gemacht. Und die Sonne noch dabei und die Raketenlichter und so weiter. Und war auch emotional ein bisschen gemacht. Aber dann lässt er sich da einfach wegbomben. Und das war's. Das heißt, ihr habt es richtig gehört, für die, die den Film noch nicht gesehen haben. James Bond stirbt in seinem eigenen Film, anstatt dass sie die Rolle dann mit Respekt behandeln. Und ihn eben, wenn sie es unbedingt machen wollen, dann eben mit seiner Familie in den Ruhestand schicken als Daniel Craig. Und dann kommt eben demnächst der neue, jüngere Bond wieder auf die Bildfläche, als wäre nix gewesen. Ja, ich wusste das zum Glück vorher schon. Ich hatte das irgendwo gelesen, dass Leute geschrieben haben, das Ende ist ja wohl absolut respektlos. Und zum Kotzen geht lieber nicht rein und so weiter. Von daher, ich dachte mir schon, dass er am Ende ohne Quatsch abgemurkst wird. Denn sonst wäre ich, glaube ich, richtig angepisst gewesen. Weil dann hätte ich, glaube ich, den ganzen Film noch drauf gewartet. Ja gut, es ist murks, es ist irgendwie nix. Es ist murks, was war das denn jetzt wieder? Das war wieder ganz okay, hier wieder murks, aber mal aufs Ende warten. Vielleicht haben sie ja das Ende wenigstens geil hingekriegt und dann wird der abgemurkst am Ende. Wie gesagt, das ist ein James-Bond-Film. Du sollst da mit einem Grinsen im Gesicht rausgehen. Stattdessen gehst du da halb depressiv raus, vor allem, wenn du nicht mit diesem Ende gerechnet hättest. Und dieses Ende reiht sich halt ein in das, was wir jetzt in letzter Zeit öfter gesehen haben, dass es halt ein Schlag ins Gesicht für die Fans ist. Genau wie sie es beim Star-Wars-Universum auch gemacht haben. Dass praktisch die ganzen Helden aus deiner Kindheit, für die Leute, die das gerne geguckt haben. Ich bin jetzt nicht der riesen James-Bond-Film. Ich habe jetzt auch nicht jeden James-Bond gesehen, finde auch nicht jeden gut. Manche finde ich langweilig, manche finde ich ganz gut. Aber halt so die Klischee-Rolle finde ich halt aufgrund des Männlichkeitsthemas immer ganz lustig, immer ganz gut. Aber selbst ich fand es respektlos. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie du dich fühlst, wenn du seit 20, 30 oder 40 Jahren ein eingefleischter James-Bond-Film bist und denkst, das wird schon gut ausgehen. Und dann lässt er sich einfach ohne Widerwehr, ohne Kampf am Ende abmurksen. Ja, wie sie es halt bei Star Wars auch gemacht haben. Die ganzen Helden deiner Kindheit werden sang- und klanglos abgemurkst und vorher auch noch zu schwachen Weicheiern degradiert, die nichts auf die Kette kriegen und sich von neuen Grünschnäbeln im Kampf besiegen lassen müssen und die dann auch noch alles besser wissen. Ja, das ist ja nicht die erste Filmreihe und wahrscheinlich auch nicht die letzte Filmreihe aus den letzten Jahren, die unseren damaligen Helden den Kampf ansagen und die werden dann durch neue Millennials ersetzt und dann hast du eben die weichgespülten Helden der neuen Generation, die nicht mehr kämpfen müssen, die alles können und so weiter und sofort mit den ganzen politisch korrekten Eigenschaften. Du bist nicht ein spezieller Snowflake. Da weißt du Bescheid. Und zu diesem Woke-Desaster, dem Political Correctness-Thema, kommen wir gleich noch. Vorher blende ich euch hier gerade noch die Schlussszene von The Rock ein, wie sie damals Sean Connery, wie ich finde, sehr, sehr gelungen verabschiedet haben. Ja, kann ich jetzt nicht ganz. Aber ich gucke mal, dass ich euch in die Beschreibung unten die Szene reinknalle. Und ziemlich genau so hätten sie meines Erachtens Daniel Craig verabschieden sollen. Dann kommen wir als vorletzten Punkt, bevor wir zur abschließenden Bewertung kommen, noch zum Thema Woke-Political-Correctness-Kram. Und das war hier schon wieder relativ heftig, wie ich finde, viel zu viel für einen James-Bond-Film. Aber nicht ganz so schlimm, wie das der Trailer angedeutet hat. Und wie gesagt, ich behaupte, dass da ordentlich nachgedreht wurde, um das Desaster abzuwenden. Denn Get Woke, Go Broke, wie man so schön sagt. Und da haben sie wahrscheinlich doch ein bisschen Schiss gehabt, dass denn da die Kinogänger weglaufen. Und dass es schlechte Bewertungen nachher im Internet gibt. Ob das wirklich so war, keine Ahnung, ist eine Spekulation von mir. Würde aber erklären, warum der Film so zerhackt ist und keine einheitliche Stimmung hat. Ja, was haben wir denn da? Wie ich es schon erzählt habe, Bond kriegt hier ordentlich die Eier abgenommen. Der Mythos wird meines Erachtens ordentlich gekillt dadurch. Und mal gucken, ob sie jetzt demnächst den Divers-Bond einsetzen und ihn dadurch ersetzen. Ob die Frau Lynch jetzt der neue James-Bond wird. Das wurde meines Erachtens abgewendet. Vielleicht auch aufgrund des Backlashs aus den Medien. Das heißt, meines Wissens haben die Verantwortlichen gesagt, dass keine Frau James-Bond spielen wird. Und dann wird halt demnächst ein neuer Herr als James-Bond gewählt. Mal gucken, wie sie es machen. Henry Cavill wäre doch, glaube ich, ganz gut. Würde, glaube ich, passen als Bond. Und der ist auch noch nicht so alt. Mir gefällt das nicht, wenn James-Bond über 50 Jahre alt ist. Das hat mir hier bei Daniel Craig nicht gefallen. Bei Roger Moore fand ich es absolut zum Reiern. Ja, wenn dann praktisch der 70-Jährige als James-Bond dargestellt wird. Bei Pierce Brosnan fand ich es später auch zu viel. Bei GoldenEye fand ich, hat er genau das richtige Alter gehabt. Und um eine Maschine darzustellen, einen glaubhaften Geheimagenten, musst du ja schon ein bisschen Power haben. Und es geht halt nicht, wenn du 92 bist. He is 90 years young. Ich habe Greiflauf und so ein bisschen Rücken. Wenn ich 80 Jahre jünger wäre, gäbe es eins hinter die Löffel. Und dann zum Thema James-Bond und Kultur. Und so der Archetyp der Klischee-Männlichkeit, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Dieses Men wanna be him, Women wanna be with him. Das wird hier halt komplett gekillt. Und das passt eben auch dazu, dass in den letzten Jahrzehnten Männlichkeit in den Medien ordentlich unter Beschuss ist. Und hier haben sie ihm dann eben die letzte toxische Maskulinität auch noch ausgetrieben und haben ihn zum Pantoffelhelden gemacht. Und wie gesagt, erfolgreich flirten darf er hier in dem Film überhaupt nicht mit der Kollegin der Amas. Ja, da gab es eine Szene, wo sie es durchaus ein bisschen flirty hätten machen können. Und dann machen sie es bewusst unflirty, dass sie sagt, oh Gott, oh nein, auf keinen Fall. Ja, da hat er nämlich mal so einen 007-Spruch gerissen. Und sie sagt dann aber, um Gottes Willen, nein, oh Gott, daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Das hätten die meines Erachtens ändern sollen. Die hätte ihn geil finden sollen. Und auch so eine zumindest sexuelle Attraction oder Connection hätten sie da meines Erachtens erstehen lassen sollen. Auch im Kontrast zur Ehefrau daheim. Aber dann wäre vielleicht seine Haupt-Ische unattraktiver geworden im Vergleich. Deshalb haben sie es hier vielleicht auch nicht gemacht. Aber wäre halt James-Bond-mäßiger gewesen. Und natürlich die Rolle von Frau Lynch. Die hat überhaupt nicht in den Film gepasst. Die hätten sie meines Erachtens einfach weglassen sollen. Das war meines Erachtens einfach so die Diversrolle, die halt irgendwie mit reingeschustert werden musste. Die einen aber wie oft komplett aus dem Film rausgehauen hat. Das war einfach nur ein total unnötiger Charakter. Oder sie hätten es halt durch eine attraktivere Frau einfach ersetzen müssen. Antisemit! Müsste eine lustige Steinigung werden. Das gebe ich zu. Das ist ein gefährliches Pflaster. Ja, ich habe jetzt nichts gegen die Frau. Keine Ahnung, wie die vielleicht mit langen Haaren auch aussieht und so weiter. Aber halt so die kecke Kurzhaarfrisur und so die frisch-freche Art. Ich fand es irgendwie uninspiriert. Und es war halt einfach eine nervige Kollegin, die dann am Ende ein bisschen die Kurve kriegt. Aber es war halt kein Bond-Girl. Und du gehst ja auch in einen James-Bond-Film, um Bond-Girls zu sehen. Aber das ist ja auch toxische Maskulinität und bla 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 bla. Sicherheitsdienst! Was bin ich nur für ein Monster geworden? Ich werde sie vor Gericht sehen! Und ich habe auch gerade mal ein Bild rausgekramt, wo sie lange Haare hat. Und anstatt sie dann für den Film so aufzumotzen und nur halb so nervig zu machen und dann eben das Flirtelement noch reinbringen, hätte ich viel besser gefunden. Aber um Himmels Willen flirten, das ist ja wie gesagt toxische Maskulinität. Selbst wenn es von Frauen ausgeht. Oder sie hätten halt wie gesagt einfach die Frau der Armas dafür nehmen sollen. Fand ich aber damals bei Halle Berry auch schon albern mit den kurzen Haaren. Denn du hast dann da so ein rassiges, exotisches Bond-Girl und die hat dann so einen keckenpraktischen Kurzhaarschnitt oder was? Das ist doch Quatsch! Das ist doch Quatsch! Und dann der größte Divers- und Woke-Knaller fand ich, dass Q auf einmal schwul ist. Aber, und jetzt kommt es natürlich so gemacht, dass er das nur in einem Nebensatz erwähnt. Und zwar sind sie dann bei ihm daheim, finden da am Computer irgendwas raus. Und dann sagt er, Mann Leute, ich habe ein Date. Er ist in 20 Minuten hier. Und das war ja wohl das größte Virtual Signaling. Da musste ich mich wegschmeißen im Film. Weil sie das natürlich so gemacht haben, damit sie es in anderen Kulturkreisen. Ja, zum Beispiel für China einfach umsynchronisieren oder sogar rausschneiden können. Ja, sowas finde ich so heuchlerisch und bescheuert und unehrlich. Meinetwegen sollen sie Q schwul machen. Ist mir wurscht, ist mir egal. Beziehungsweise, nee, im Grunde nervt es mich doch, weil sie es halt nur machen, um Virtual Signaling mit reinzubringen. Ja, du weißt halt genau, warum das gemacht wird. Und zwar um dem politisch korrekten Snowflake-Publikum Rechnung zu tragen. Und deshalb nervt es mich doch hinterher. Ja, ansonsten, wenn eine Figur im Film schwul ist und das da reinpasst, habe ich da natürlich absolut null dagegen. Wer hätte da was dagegen? Ja, für die Jammer-Kommentierer-Aufraben, du bist dagegen, Schwule. Ja, total natürlich. Hast du die schon distanziert? Nee, die sind von mir. Nee, du musst dich distanzieren. Ja, die sind mir ein totaler Dorn natürlich im Auge. Aber in dem Fall fand ich es so albern, als mir dann klar geworden ist, ah, okay, dann haben sie es nur in einem Nebensatz gemacht, damit sie es rausschnibbeln oder übersynchronisieren können. Denn genauso heuchlerisch machen sie es ja auch zum Beispiel bei BMW, habe ich es gesehen und noch bei irgendwelchen anderen Firmen habe ich es auch schon gesehen, dass sie hier vor Europa das Logo in Regenbogen darstellen. Aber, Achtung, im Nahen Osten wird das Logo komischerweise nicht regenbogenfarbig dargestellt. Hmm, warum wohl? Geht es da vielleicht um Geld, um Kohle verdienen und sich die jeweilige Zielgruppe nicht vergraulen zu wollen? It's all very confusing. Ja, totale Heuchler natürlich. Und wenn du das eben im Kino merkst und dann da sitzt und denkst, oh, Leute, und fühlst dich komplett verarscht natürlich vom Film und bevormundet, das haut dich natürlich jedes Mal komplett aus dem Film raus, wenn du dann merkst, ach, jetzt wirst du hier wieder erzogen, anstatt einfach mal einen guten Film abzufilmen. Ja, das mal zu dem Political Correctness und wir werden hier von Filmen wieder politisch erzogen, Thema. Ich fand es einerseits weniger als gedacht aufgrund des Trailers, aber andererseits auch wieder schlimmer als gedacht. Denn je nachdem, wie sie es gemeint haben, haben sie jetzt halt den nächsten Held unserer Kindheit, wenn man es so will, oder die nächste männliche klassische Hauptrolle abgemurkst und damit immer mehr die toxische Maskulinität im Kino ausgerottet, damit es dann demnächst nur noch Snowflakes gibt. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Oder ob sie es dann im nächsten Film irgendwie doch noch so hinbiegen, dass er aufgrund der Nanobots irgendwie doch mirakulös überlebt hat und mit seiner Ische in den Sonnenuntergang gereist ist. Aber dann hätten sie es halt so im Film machen sollen. Das heißt, Fazit und abschließende Bewertung für den Film. Ich sage, James Bond wird hier auf dem Klo gezeigt, in der Nase bohrend, mit Durchfall und am Heulen. Praktisch alles das, was du niemals von James Bond sehen oder wissen wolltest. Und James Bond ist hier weder überlebensgroß noch comichaft überzeichnet, wie das bisher immer der Fall war, sondern stattdessen komplett domestiziert und langweilig. Und am Ende ergibt er sich und stirbt ohne zu kämpfen. Und ja, für die Jammer-Kommentierer, es war nicht durchgängig so, dass er gar keine Eier hat. Natürlich ist er immer noch ein Geheimagent und er schießt Leute und so weiter. Aber wenn ihr den Rest des Videos hier gesehen habt, wisst ihr ja, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Und deshalb hier nochmal eine Bewertung. Und ich finde es diesmal relativ schwer, weil es halt zwei Bewertungen gibt. Einmal als Film generell und einmal als James Bond-Film. Und als Film generell war das wahrscheinlich durchaus in Ordnung. Ja, wäre das wahrscheinlich irgendwas zwischen einer 2, 2 Minus bis einer 4 Plus gewesen. Weil gute Action-Szenen und schöne Bilder und gut gefilmt und so weiter. Solide Filmarbeit. Aber auch irgendwie ein bisschen langweilig. Aber auch nicht grottenschlecht. Also irgendwas zwischen 2 bis 4. Muss ich nochmal gucken in den Film. Ist immer schwer in den Film nach dem ersten Mal zu bewerten, finde ich. Muss ich nochmal gucken und auch nochmal im Original gucken, um dann eine wirklich abschließende Note zu kreieren, zu finden. Aber als James Bond-Film fand ich ihn grottenschlecht und sogar, Achtung, toxisch. Weil er, wie gesagt, ziemlich die Eier abgenommen bekommt. Und deshalb würde ich als James Bond irgendwas zwischen 4 Plus, wenn man sehr, sehr wohlwollend sein will, bis 5 Minus vergeben. Und normalerweise beschäftige ich mich eigentlich lieber mit guten Filmen und übernehme da eher das IMDb-Ranking, wo ich sage, 7, noch was, da wird es ein guter Film. 8, noch was ist ein Knaller. Und 9, noch was ist ganz vorne mit dabei. Das sagt mir aber jetzt nichts für schlechte Filme. Ob man eine 6,2 oder 5,7, da weiß ich nicht genau, wie das bei IMDb ist. Deshalb vergebe ich für schlechte Filme eher eine Schulnote, weil mir da und den meisten Leuten auch die Schulnoten natürlich eher was sagen als eine 4,7 oder 6,2. Weiß es jetzt gut oder schlecht, weiß man da nicht so genau. Also ein James Bond für die MeToo-Generation, sprich für die Tonne. Und kommentiert ihr gerne auch mal rein, wie ihr den Film fandet, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, wo ihr mit mir übereinstimmt oder auch nicht. Ob ihr euch das Disaster noch reinziehen wollt oder ob euch das hier als Abschreckung gereicht hat. Und ich bin auch mal gespannt, wie das internationale Publikum generell urteilt, denn bisher habe ich auf Rotten Tomatoes die Tage nur die 93% der Kritiker gesehen. Aber wie gesagt, Kritiker sind da eher Aktivisten, was Rotten Tomatoes angeht, denn die kommen da aus den ganzen Mainstream-Gazetten. Und nee, ich habe gerade mal reingeguckt bei Rotten Tomatoes und zwar ist der Kritiker-Score von 93 auf 84 gefallen, aber jetzt ist auch ein Audience-Score da. Der war die Tage noch nicht da und der ist auf 89%, was ziemlich gut heißt. Habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, steht fewer than 50 verified ratings. Muss ich nochmal reingucken, wie die Zahlen da sind. Aber das würde eher heißen, dass er den Leuten gefallen hat, was mir persönlich an der Stelle dann doch eher ein Rätsel wäre. Muss ich mir überlegen, ob ich mir das auch noch antue, da die Kritiken durchzulesen. Wäre vielleicht ganz interessant. Interessanter fände ich aber von euch zu hören, wie ihr das Ganze seht. Also im wahrsten Sinne des Wortes Goodbye Mr. Bond auf mehreren Ebenen und beim nächsten Mal gerne wieder mit mehr Eiern. Bin ich aber mal sehr gespannt, ob das so passieren wird und in welche Richtung das Ganze in Zukunft geht. Ja, ihr kennt das ganze Spiel. Gerne liken, abonnieren, mit eurem Hund teilen und nochmal gucken. Links zum Next Level Forum und zum Coaching sind wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann entweder da oder im Next Level Forum. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one. Without a question. Do a cover, subscribe or stay original. I've just told you again, it was subliminal. Ooh, 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 ooh Ich liebe dich. Ich weiß. Sie sehen wirklich bezaubernd aus, Lea. Sie gehören wahrhaftig hierher, zu uns hier in den Wolken.